hallo zusammen liebe freunde familie kollegen und liebe suchtis da vorne vor dem bildschirm hier heute am silvesterabend 2021 möchte ich mich erst mal an alle bedanken die uns bisher so zahllos begleitet haben unsere videos geschaut haben und vor allen dingen auch abonniert haben ich hoffe das wird weiter so laufen leider ist unser ziel bis jahresende jahrhundert abonnenten zu bekommen leider nicht in erfüllung gegangen aber das macht nichts wir geben uns weiterhin mühe auch wenn es die letzte zeit ein wenig ruhig um uns war jeder muss kraft sammeln es war ein langes jahr und dementsprechend wollen wir im neuen jahr wieder neu angreifen also in dem fall möchte ich euch sagen nochmal danke macht weiter so schaut weiter unsere videos habt spaß am leben habt spaß am spielen ich hoffe euer start ins neue jahr wird gut gelingen und wenn ihr bei uns bleibt und uns weiter verfolgt werdet ihr mit sicherheit auch das eine oder andere neue entdecken so ich möchte jetzt nicht mehr so viel sagen nur es freut mich nach wie vor videos für euch aufnehmen zu können wir alle auch die hier hinter meinem rücken sind und mir helfen von vorne bis hinten wir als familie freuen uns über jedes video was wir für euch herstellen können so genießt noch ein paar bilder genießt noch ein wenig die musik und dann wünsche ich euch einen guten rutsch ins neue jahr bis dahin viel spaß bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020